Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wo liegt das Glück heute am 17. September 2017? Wen beschenkt Fortuna im heutigen Tag? Das sind gerade die Löwengeborenen. In welchem Lebensbereich haben die Löwengeborenen Glück? Das ist die Freizeit, eine Veranstaltung, ein Fest oder eine Überraschung oder eine Einladung. Freundeskreis, Bekanntenkreis, aber auch in die Liebe. Und es ist auch gut möglich, eine Einladung zu bekommen oder ein Geschenk erhalten, wo noch die Löwengeborenen Glück haben. Das ist nicht heute, aber es nähert sich. In den nächsten Tagen klärt sich etwas auf und dann haben die Löwengeborenen den Überblick in eine bestimmte Situation. Es kommt etwas ins Licht und es spüren nicht nur die Löwengeborenen, sondern auch die Fischengeborenen in die kommenden Tagen. Wenn jemand wissen möchte, welchen Tagen bringt Glück im Leben und wo liegt das Glück, in welchem Lebensbereich, gibt da auch Hindernisse. All das kann ich genau beschreiben und auch helfen, diese Hindernisse zu bewältigen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.